Grüß Gott und herzlich willkommen zur fünften und letzten regulären Online-Lektion zur elementaren diskreten Mathematik. Zum Abschluss soll es heute um zwei Begriffe gehen, der Bedeutung weit über die diskrete Mathematik hinausgeht und die zum Handwerkszeug der gesamten höheren Mathematik gehören und die auch in der Informatik eine gewisse Bedeutung haben. Relationen und Funktionen. Aus der Schule sollten Sie zumindest den Begriff der reellen Funktion kennen. Mit reellen Funktionen können Sie eindeutige Beziehungen zwischen Größenbereichen modellieren, bei denen Sie sich die Größen kontinuierlich vorstellen können, aber nicht unbedingt kontinuierlich vorstellen müssen. So ordnet man etwa in der Physik bei Bewegung der kontinuierlich gedachten Größe Zeit die ebenfalls kontinuierlich gedachte Größe zurückgelegter Weg zu und man definiert dann in der Analysis über den Differenzenquotienten die Durchschnittsgeschwindigkeit und über den Differenzialkotienten auch die momentan Geschwindigkeit. Diese auf der Zahlmengen der reellen Zahlen operierenden Funktionen behandeln Sie aber in aller Ausführlichkeit ohnehin in der Analysis. Wir hier in der diskreten Mathematik verallgemeinern diesen Funktionsbegriff in zwei Richtungen. Erstens, man muss ja nicht unbedingt reelle Zahlen, aber noch nicht einmal Zahlen oder auch noch nicht einmal irgendwie geordnete Objekte einander zuordnen, um von einer Funktion sprechen zu können. Und zweitens, viele interessante mathematische Beziehungen sind keine eindeutigen Zuordnung. Eine Zahl hat zum Beispiel verschiedene Teile und unendlich viele Vielfache. Oder zu einer Geraden in der Ebene gibt es unendlich viele parallele Graden. Um auch solche Beziehungen erfassen zu können und ihre Eigenschaften zu beschreiben, benötigen wir den Begriff der Relation. Ein wenig brechen wir dann diese Vorlesung da ab, wo es so richtig interessant würde. Relationen und spezielle Funktionen, nämlich Operationen, benötigt man auch zur Beschreibung algebraischer Strukturen. Mit einigen davon, nämlich Gruppen- und Vektorräumen, werden sie sich näher in der linearen Algebra befassen. Mit anderen etwa Ringen noch in der Zahlentheorie. Und mit Körpern sogar in Analysis, lineare Algebra, Zahlentheorie und etwa auch in der Kodierungstheorie. Ernst, Leute können im Masterstudium als Wahlpflicht sogar eine ganz eigene Vorlesung zu solchen algebraischen Strukturen belegen. In dieser VU, elementare diskrete Mathematik, machen wir also leider an dieser Stelle so ein bisschen Vorratslernen, beziehungsweise wir hoffen, dass Ihnen dann die Analysis und lineare Algebra einfach etwas leichter fällt, wenn Sie diese Grundbegriffe Funktion und Relation schon mal vorher gehört und sich mit Ihnen an möglichst einfachen Beispielen auch schon mal beschäftigt haben. Noch ein letzter technischer Hinweis, bevor es wirklich losgeht. Das Video ist in der interaktiven Form, also im Moodle, diesmal etwas einfacher aufgebaut. Ein durchgehendes Video mit Sprungmarken zu den Abschnitten auf der Folie rum. Und die beiden Übungsteile, die sind da direkt integriert. Einmal vor den Ordnungsrelationen und einmal dann während den Funktionen ist so ein Übungsteil drin. Was ist jetzt eine Relation? Unter einer Relation versteht man ganz vornehm formal aufgeschrieben jede beliebige Teilmenge des kathesischen Produkts von zwei nicht leeren Mengen a und b. Man nennt die Relation auch zweistellig oder binär, weil wir hier eben zwei Mengen haben und das meint das kathesische Produkt, jedes Element der einen Menge mit jedem Element der anderen Menge kombinieren. Es entstehen also Wertepaare, für die wir dann feststellen, ob die beiden Elemente das x aus der Menge a, das y aus der Menge b in Relation zueinander stehen. Menge aller Wertepaare, wo die beiden Elemente in Relation zueinander stehen, nennt man dann kurz die Relation. Wenn wir zunächst mal nur an Mengen mit endlich vielen Elementen denken, können wir das auch etwas weniger formal aufschreiben. Zunächst legen wir eine Tabelle an. Elemente von a definieren die Zeilen und die Elemente von b definieren die Spalten. Wenn jetzt a i in Relation zu b i steht, dann machen wir in der Zelle a i, b i ein Kreuz. Vielleicht mal als Beispiel. Die Relation könnte ja lauten, a i steht in Relation mit b i, wenn a i kleiner als b i ist. Wenn wir jetzt die Zahlen, die ganz normalen hätten und wären in der Zeile 2 und würden jetzt in der Spalte 3 gucken, dann würden wir sagen, aha, 2 ist kleiner als 3, also machen wir jetzt in diese Zelle 2,3 ein Kreuz herein. Und so machen wir das jetzt immer weiter. Der Relationsbegriff hat dabei so wenig Voraussetzung, dass für jede Art, diese Tabelle irgendwie mit Kreuzen zu befüllen, eine Relation herauskommen. Sogar dann, wenn wir einfach überall in die Tabelle ein Kreuz heraus machen oder dann, wenn wir überhaupt kein Kreuz in die Tabelle herein machen. Auch das sind alles Relationen. Diese Tabelle ist so die Entsprechung einer Wertetabelle bei einer Funktion. Aber weil die Zuordnung ja gar nicht eindeutig ist, können wir für ein x, also ein Element aus der Menge a beliebig viele Werte haben. Und deswegen haben wir so viele Spalten, wie die Menge b Elemente hat. Bei einer Funktion kennen wir ja mit einer Spalte für die Werte aus, wo wir einfach genau das eine Element aus b hereinschreiben würden, das dem jeweiligen Element aus a zugeordnet. Und ähnlich wie wir Funktionen, zumindest dann, wenn es Zahlenmengen so bis r geht, grafisch ganz gut in einem Koordinatensystem darstellen können, ist das auch für Relationen möglich. Relationen sind hier so ganz ähnlich wie bei Funktionen so dargestellt worden, dass ich die Elemente der Menge a auf die x-Achse gebe. Weil wir diskrete Mathematik machen, nehme ich aber mal nur natürliche Zahlen. Dargestellt ist hier immer nur der Bereich von 1 bis 12. Jetzt mache ich immer dann einen blauen Punkt in das Koordinatensystem, wenn das y, wo ich da den blauen Punkt gemacht habe, zu dem x in Relation steht. Also zum Beispiel y kleiner gleich x, 1, da mache ich ein blaues Punktchen hin, bei der 1 und bei der 2. 3, da mache ich einen blauen Punkt hin, bei der 1, der 3 und der 3. Und dann so weiter. Also ganz links haben wir uns gerade schon angesehen, das ist die kleine Gleichrelation, die Sie schon kennen. Das ergibt als Graphen, also alle Gitterpunkte unterhalb, beziehungsweise auf dieser sogenannten ersten Hauptdiagonalen, die ja die Geradengleichung y gleich x hat. Ganz rechts haben wir eine Relation, wo y genau dann in Relation zu x steht, wenn y ein Teiler von x ist. Auch da sind alle blauen Punkte auf oder unterhalb der Diagonalen, denn y kann ja gar kein Teiler von x sein, wenn es größer als x ist. Aber es sind eben nicht alle Gitterpunkte Teil der Relation, die da unter dieser Diagonalen liegen, weil etwa die 2, ja die Zahl 3 nicht teilt. Deswegen ist, wenn Sie da beim Dreier schauen, auf der x-Achse ist auf der y-Achse dann beim Zweier kein Punkt dargestellt. Mit der mittleren Relation haben wir uns in der letzten Lektion bereits beschäftigt. Hier sollen y und x in Relation stehen, wenn sie Modulo 3 gleich sind, also bei Division durch 3 denselben Rest lassen. Schauen wir mal, 1, da haben wir natürlich die 1 wieder, 1 lässt denselben Rest wie die 1 und dann haben wir die 4, 4-3 ist auch Rest 1 und dann haben wir wieder die 7, 7-6 ist also auch 1 und so weiter. Und dann sieht man, dass bei den weiteren Zahlen das auch so ist. Bei 2 kommt noch die 5 dazu, kommt die 8 dazu und so weiter und so fort. So sieht da die Relation aus. Auch hier ist übrigens wieder die Diagonale im Spiel, weil natürlich jede Zahl zu sich selbst Modulo 3 gleich sein muss. Und auf der Diagonalen liegen ja genau die Punkte, wo der y-Wert gleich dem x-Wert ist. Also zum Beispiel 2 und 2, 3 und 3, 4 und 4 und so weiter. Bevor wir uns jetzt näher mit den Eigenschaften von Relationen beschäftigen, schauen wir uns noch ein paar Beispiele aus anderen Teilbereichen der Mathematik an. Nehmen wir mal an, wir haben die Potenzmenge eines beliebigen Mengenuniversums vor uns. Das könnten etwa alle Teilmengen der natürlichen Zahlen sein. Jetzt vergleichen wir zwei dieser Mengen. Wenn a eine Teilmenge von b ist, dann soll a in Relation zu b stehen. Das ist eine Relation. Wenn wir andererseits alle Geraden in der Ebene oder im Raum, das ist egal, wir müssen uns nur entscheiden. Wenn wir uns die anschauen, dann ist die Parallelität von zwei Geraden g und h so eine mögliche Relation. Es müssen aber gar nicht beide Elemente unbedingt aus derselben Menge kommen. Wenn p ein Punkt ist und g ist eine Gerade, dann bildet die Frage, ob der Punkt p auf der Geraden g draufliegt, was man so p Element g schreibt. Ah, da gehört eigentlich ein kleines g hin. Ebenfalls eine über der Menge aller Punkte und der Menge aller Geraden definierte zweistellige Relation. Englisch heißt Beziehung Relation. Und in der Tat sind Beziehungen zwischen Menschen, etwa familiäre Beziehungen, sehr gute Einkleidung, an denen man sich so an einem außermathematischen Beispiel Eigenschaften von Relationen ganz gut verdeutlichen kann. Das ist jetzt natürlich keine ernsthaften Anwendungen, nur damit man das so ein bisschen besser versteht. So ergeben sich etwa auf der Menge aller Menschen Relationen, wenn man danach fragt, ob zwei Menschen verwandt sind oder ob ein Mensch A mit einem Mensch B verschwägert ist oder ob Menschen vielleicht weder verwandt noch verschwägert sind. Diese drei Relationen wären alle symmetrisch. Wenn Anton mit Bertram verwandt ist, ist automatisch auch Bertram mit Anton verwandt. Relationen sind aber gar nicht immer symmetrisch. Wenn Anton der Sohn von Bertram ist, dann ist die Umkehrung, also dass Bertram gleichzeitig auch der Sohn von Anton ist, sogar komplett ausgeschlossen. Das führt uns allgemeiner zu den Eigenschaften solcher Relationen, wobei wir jetzt nur mehr solche Relationen anschauen werden zunächst, wo die Elemente beide jeweils aus derselben Menge kommen. Solche Fälle wie mit den Geraden und den Punkten schauen wir jetzt also für einen Moment mal nicht an. Im Kern gibt es für solche Relationen, bei denen beide Elemente aus derselben Menge stammen, drei Eigenschaften. Reflexivität, Symmetrie und Transitivität. Allerdings muss man bei der Verneinung von diesen Eigenschaften teilweise noch etwas weiter differenzieren, so dass daraus faktisch sechs Eigenschaften werden, auf die man untersuchen sollte. Da haben wir zunächst einmal die Reflexivität. Das meint, steht das Element A mit sich selbst in Beziehung? Da gibt es drei mögliche Fälle. Ja, jedes Element steht mit sich selbst in Beziehung, dann ist es reflexiv. Zum Beispiel ist jede Zahl auch ihr eigener Teiler oder jeder Mensch gehört zur selben Familie wie er selbst. Es gibt aber Relationen, wo kein Element zu sich selbst in Beziehung steht. Niemand ist sein eigener Vater, keine Zahl ist größer als sie selbst. Diese Relation würde man dann irreflexiv nennen. Es gibt aber noch einen dritten Fall, nämlich dass manche Elemente mit sich selbst in Beziehung stehen und manche stehen nicht mit sich in Beziehung. Fragt man etwa, ob eine Zahl A Primfaktor einer Zahl B ist, so stehen dabei nur die Zahlen zu sich selbst in Beziehung, die selbst schon Primzahlen sind. Drei wäre sein eigener Primfaktor, aber zwei wäre zum Beispiel von der Vier ein Primfaktor, aber Vier ist kein Primfaktor. Also gibt es Zahlen, wo das stimmt und es gibt Zahlen, wo es nicht stimmt. Die sind dann weder reflexiv noch irreflexiv. Deswegen muss man das immer so machen, dass man zunächst prüft, ist das reflexiv? Und wenn es nicht reflexiv ist, kann man nicht einfach sagen, ah, das ist dann automatisch reflexiv, sondern ich muss dann wirklich noch gucken, ist das wirklich irreflexiv? Also steht da gar nichts mit sich selbst in Beziehung oder ist es der Fall, wo es weder noch ist? Für die Symmetrie gibt es ebenfalls drei Fälle und diese drei Fälle schließen sich gegenseitig aus und alle drei haben auch einen Namen abbekommen. Symmetrisch heißt, dass immer wenn A in Relation zu B steht, umgekehrt auch B in Relation zu A steht. Beispiel, ist die Gerade G parallel zur Gerade H, dann ist automatisch auch die Gerade H parallel zur Gerade G. A-Symmetrisch ist eine Relation, bei der die Umkehrung nie funktioniert. Wenn eine Zahl A kleiner als eine Zahl B ist, dann gilt nie die Umkehrung, also dass gleichzeitig auch die Zahl B kleiner als die Zahl A wäre. Das nennt man eben A-Symmetrisch. Es gibt auch hier einen dritten Fall, nämlich, dass die Symmetrie mit der Gleichheit zusammenfällt und in allen anderen Fällen es nicht symmetrisch ist. Ist das also nur so, dass A mit Relation in B steht und gleichzeitig B in Relation mit A, nur dann, wenn A und B eigentlich gleich sind. Und wenn A und B verschieden sind, dann kann immer nur eins von beiden gelten. Und das ist der Fall Antisymmetrisch. Dafür ist die Teilmengenbeziehung ein sehr gutes Beispiel. Wenn A eine Teilmenge von B ist und B ist eine Teilmenge von A, also wenn das so symmetrisch wäre, dann liegt ja genau die Gleichheit der beiden Mengen vor. In allen anderen Fällen kann man sagen, wenn A eine Teilmenge von B ist, und die sind jetzt nicht gleich, dann heißt das ja, in B ist wenigstens noch ein zusätzliches Element drin. Und deswegen kann die Umkehrung da nicht stimmen. Also B kann dann keine Teilmenge von A sein, weil B enthält ja ein Element mehr. Dass sich diese drei Eigenschaften gegenseitig ausschließen, ist ganz praktisch, weil wenn Sie jetzt feststellen, aha, es ist symmetrisch, dann brauchen Sie auf asymmetrisch und antisymmetrisch natürlich gar nicht mehr überprüfen. Andererseits ist es auch hier wieder so, Sie prüfen erst, ob es symmetrisch ist, dann prüfen Sie, ob es asymmetrisch ist. Und erst dann können die sagen, aha, wenn es weder symmetrisch noch asymmetrisch ist, dann ist es antisymmetrisch. Es verbleibt noch die Transitivität. Das bedeutet, wenn zum Beispiel A kleiner als B ist und B ist kleiner als C, dann wird wohl auch A kleiner als C richtig sein. Nicht alle Relationen sind transitiv. Wenn Albert der Sohn von Bertram ist und Bertram ist der Sohn von Klaus, ist Albert aber trotzdem nicht der Sohn von Klaus. Der Enkel von Klaus ist etwas anderes, als der Sohn zu sein. Tatsächlich kann man sich diese Eigenschaften ganz gut an so ganz elementaren Beziehungen, nämlich kleiner als, kleiner gleich, gleich und ungleich verdeutlichen. Wir benutzen das hier auch mal, um uns klarzumachen, wie man einen Teil dieser Eigenschaften, nämlich die Reflexivität und die Symmetrie, anhand der grafischen Darstellung kennen kann. Hier sind die ersten beiden Relationen, also kleiner und kleiner gleich, wieder für die Grundmenge n dargestellt und wieder nur für die ersten zwölf Zahlen. Das soll uns mal reichen. Sehr leicht kann man Reflexivität, Irreflexivität oder keins von beiden prüfen. Es sind nur die Punkte auf der Diagonalen von Interesse, weil diese ja genau die Punkte y gleich x darstellen, wir dort also sehen, ob eine Zahl zu sich selbst in Relation steht. Bei y kleiner x ist das offensichtlich nie der Fall. Kein Punkt dieser Diagonalen ist Teil der Relation, wobei wir zugegebenermaßen nur die ersten zwölf Werte sehen. Aber wir sagen jetzt mal, da kommt nie ein Punkt auf die Diagonale und dann wissen wir, das ist irreflexiv. Bei y kleiner gleich x sind alle Punkte auf der Diagonalen Teil der Relation. Die Relation ist also Reflexiv. Der fehlende Fall, weder noch irreflexiv, noch reflexiv, der würde sich dadurch auszeichnen, dass wir einige Punkte, also einzelne Punkte auf der Diagonalen dabei hätten, aber dass es auch Punkte auf der Diagonalen geben würde, die nicht blau markiert sind, also nicht in der Relation. Jetzt noch zur Symmetrie. Würde Symmetrie vorlegen, so würde sich das eben auch als Symmetrie des Graphen zeigen. Die gestrichenete Diagonale müsste eben eine Symmetrieachse sein. Jeder blaue Punkt, beziehungsweise auch jede Lücke, wo kein blauer Punkt ist, müsste achsengespiegelt oberhalb der Diagonalen wieder genauso vorkommen. Also da müsste entweder wieder ein blauer Punkt sein bei Achsenspiegelung oder eine Lücke. Und da sieht man hier, das ist in beiden Fällen nicht der Fall. Das ist sogar so der Fall, dass da quasi immer eine Lücke ist, wenn unterhalb der Diagonale ein Punkt ist. Das heißt, wir sind da genau in diesen zwei Fällen asymmetrisch und antisymmetrisch. Eine Als-Relation ist asymmetrisch, weil auch die Punkte auf der Diagonalen nicht vorkommen. Die würden ja bei Achsenspiegelung auf sich selbst abgebildet werden, aber wenn da nichts draufliegt, wird da nichts auf sich selbst abgebildet. Also ist tatsächlich das ganze Ding asymmetrisch. Die kleiner Gleich-Relation, die ist antisymmetrisch, denn hier ist das zwar so, dass außerhalb der Diagonalen das nicht hinhaut mit der Symmetrie, aber zumindest auf der Diagonalen werden die Punkte auf sich selbst abgebildet. Das ist der Antisymmetrisch. Wichtig im Bild nicht zu sehen ist eine Relation, wo wir jetzt zum Beispiel nur einzelne Punkte hätten, die Spiegelpunkte haben und es ein paar Punkte gäbe, die keine Spiegelpunkte haben. Oder vielleicht eine Relation, wo nur einzelne Punkte auf der Diagonalen zur Relation gehören. Auch solche Fälle wären allesamt asymmetrisch. Weil antisymmetrisch würde verlangen, dass eben für alle Punkte, wo y gleich x stimmt, also wo wir prüfen, ob die Zahlen sich selbst in Relation stehen, dass die zur Relation dazugehören müssten. Also antisymmetrisch geht wirklich nur, wenn alle Punkte auf der Diagonalen markiert sind. Zum Vergleich noch die beiden anderen Relationen. y gleich x, das ist reflexiv. Alle diagonalen Punkte sind Teil der Relation. y gleich x ist auch symmetrisch, denn oberhalb und unterhalb der Diagonalen schaut die Relation ja genau gleich aus. Da sind nirgendwo Punkte, also geht da beim Spiegeln nichts kaputt. Und die Punkte auf der Achse, die landen beim Spiegeln auf sich selbst. y gleich x ist irreflexiv. Es gibt keinen diagonalen Punkt, der Teil der Relation ist. Das heißt aber auch, dass wenn y ungleich x ist, ist das wunderbar symmetrisch. Für jeden blauen Punkt unter der Diagonalen gehört auch der Spiegelpunkt oberhalb der Diagonalen zur Relation. So, das ist also genau symmetrisch. Und auch die nicht vorhandenen Punkte auf der Diagonalen werden ja auch wieder auf nicht vorhandene Punkte auf der Diagonalen abgebildet. Da geht nichts kaputt. Das ganze Ding ist symmetrisch. Also links reflexiv und symmetrisch, rechts irreflexiv und symmetrisch. So, jetzt fehlt uns noch, wie zeigt man eigentlich Transitivität? Dafür gehen wir ganz kurz an die virtuelle Tafel. Wir prüfen jetzt also auf Transitivität für die Relationen kleiner als, kleiner gleich, gleich und ungleich. Wir fangen mal mit dem kleiner an. Also die Behauptung ist jetzt, Behauptung, wenn a kleiner als b ist und b ist kleiner als c, dann folgt daraus auch a ist kleiner als c. Jetzt machen wir folgenden Trick. Wenn a kleiner b ist, dann existiert, ja sagen wir mal, ich habe gar nicht gesagt, auf welcher Zahlenmenge wir sind, sagen wir mal, wir sind in den natürlichen Zahlen, aber die 0 geben wir nochmal rein, dann existiert eigentlich eine Zahl, die nenne ich jetzt mal t. Da müsste sich nichts bei denken, einfach irgendeine natürliche Zahl. Ich hätte ja auch 0 n nennen können, das wäre Ihnen vielleicht noch lieber gewesen. Es existiert jedenfalls eine Zahl t-Element, so dass ich n, so dass ich sagen kann, a plus t ist gleich b. Nun, wenn a kleiner b ist, kann ich irgendeine Zahl zu a dazu addieren und es kommt b raus und diese Zahl ist auch von 0 verschieden, weil wenn die Zahl 0 wäre, dann würde da ja stehen, a ist gleich b. So, und jetzt kann ich natürlich genauso sagen, für b kleiner als c heißt das, es existiert eine andere Zahl, nennen wir die mal s, Element n, so dass ich schreiben kann, b plus s ist gleich, na was, c. So, und jetzt zu zeigen ist jetzt gar nicht mehr so viel, sondern zu zeigen ist jetzt, a ist kleiner als c. Das bedeutet aber, ähnlich wie oben, dass es ein r gibt, Element n, so dass ich sagen kann, a plus dieses r ist gleich c. So, jetzt ahnen Sie vielleicht schon, was ich mache. Ich nenne diese Gleichung hier mal 1 und ich nenne diese Gleichung 2 und jetzt sage ich, einsetzen von 1 in 2. also daher setze ich jetzt das b durch das a plus t, dann steht da a plus t ist gleich, äh, plus s, entschuldigen Sie, plus s ist gleich c. Aha, und jetzt sage ich einfach, aha, dieses t plus s ist ein r, also steht da a plus r ist gleich c und daraus folgt, das a ist kleiner als das c, q, e, d. Ich freue mich. Damit haben wir den ersten Teil bewiesen. Das war das Ganze für das Kleine. So, jetzt schauen wir mal, was beim kleiner Gleich passiert. Beim kleiner Gleich ändere ich hier nur ganz wenig. Erstmal schreibe ich überall ein kleiner Gleich hin. Und dann sagen Sie, was macht der denn da? Der hat ja geschummelt. Der hat da überall ein kleiner Gleich hin geschrieben. Damit das stimmt, muss ich hier nur immer n 0 schreiben. Dann passt die ganze Sache wieder. Weil jetzt wäre der Gleichheitsfall eben auch noch dabei. Was man zeigen muss, es existiert dann eine Zahl t Element n, sodass a plus t gleich b ist. Ja, entweder das ist 0, dann sind die beiden gleich. Oder es ist kleiner, na, dann ist das hier halt von 0 verschieden. Aber der ganze restliche Beweis läuft völlig analog durch. So, damit haben wir indirekt auch schon gleich geklärt. Bei gleich ist das natürlich trivial. Wenn gilt, a ist gleich b und b ist gleich c, da ist nichts weiter zu beweisen. Da können Sie einfach die Gleichungskette a ist gleich b ist gleich c hinschreiben. Und damit haben Sie a ist gleich b. So, jetzt fehlt uns nur noch das Ungleich. Und da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das überhaupt transitiv ist. Beziehungsweise ich bin mir sogar ganz sicher, dass es nicht transitiv ist. Und wenn etwas nicht vorliegt, dann geht das immer durch ein Gegenbeispiel. Ich gebe mal ein einfaches Gegenbeispiel. 4 ist ungleich 3. Ja, dem stimmen Sie hoffentlich zu. Und andererseits ist es auch richtig, dass 3 ungleich 4 ist. Wenn jetzt aber, hier steht ja dann, a ist ungleich b. Und hier steht, ein b ist ungleich ein c. Aber daraus folgt eben nicht, dass a ungleich c ist. Das folgt nicht, weil, wenn Sie hier oben mal nachgucken, würde ja dann da stehen, 4 ist ungleich 4. Und das ist offensichtlich falsch. Also ist die Ungleichheit nicht transitiv. Und damit haben wir auch die Transitivität dieser vier Basis-Relationen gezeigt. Eine herausragende Rolle nehmen solche Relationen ein, die sowohl reflexiv, symmetrisch als auch transitiv sind. Diese Relationen heißen Äquivalenz-Relationen und die bekommen sogar ein eigenes Symbol, so eine geschlängelte Linie. Äquivalenz meint in diesem Fall, dass wir es mit einer Verallgemeinerung von Gleichheit zu tun haben. So ist es etwa eine Äquivalenz-Relation, wenn man fragt, ob zwei Zahlen Modulo 2 gleich sind. Die Menge aller natürlichen Zahlen zerfällt bezüglich dieser Relation in zwei Teilmengen. Alle geraden Zahlen einerseits, die untereinander in Relation stehen, und alle ungeraden Zahlen andererseits, die auch alle untereinander in Relation stehen. Für manche zahlentheoretische Probleme ist es ja gar nicht wichtig, zu wissen, welche gerade Zahl ich mir gerade akut ansehe, sondern überhaupt nur, ob es eine gerade Zahl ist. Wir haben ja in Lektion 4 schon gesehen, dass wir etwa ganz einfach sagen können, Summe zweier ungerade Zahlen, die muss gerade sein, weil wir einfach nur die Summe der Reste anschauen können. Und das sind dann jeweils zwei Einser, die werden addiert, kommt zwei raus, ist wieder Null als Rest. Da müssten wir eigentlich gar nicht wissen, welche ungerade Zahl das jetzt gerade war, die addiert worden ist. Man kann also mit solchen Teilmengen bezüglich Äquivalenzrelationen unter anderem auch rechnen, und daher lohnt es sich auch überhaupt, da Zeit drauf zu finden. Zunächst noch ein paar andere Beispiele für Äquivalenzrelationen. Das Paradebeispiel ist mal die Gleichheit, von der haben wir das ja weg, verallgemeinert quasi, zum Beispiel in den reellen Zahlen, die ist reflexiv, die Zahl ist zu sich selbst gleich, die ist symmetrisch, wenn a gleich b ist, ist auch b gleich a, und die ist auch transitiv, wenn a gleich b ist und b ist gleich c, dann ist auch a gleich c. Die Gleichheit Modulo einer natürlichen Zahl ist eben immer auch, egal welche natürliche Zahl, das ist eine Äquivalenzrelation. Das müssen nicht unbedingt die 2 sein, nur die 1 darf es halt nicht sein, weil da klappt das nicht mit den verschiedenen Resten. Also reflexiv, jede Zahl lässt beim Teilen durch eine Zahl c denselben Rest wie sie selbst, das ist klar, und wenn a denselben Rest beim Teilen durch c lässt, wie die Zahl b, dann lässt natürlich auch b beim Teilen durch c denselben Rest wie die Zahl a. Und dann haben wir noch transitiv, wenn a und b denselben Rest beim Teilen durch c lassen und b und d lassen ebenfalls denselben Rest beim Teilen durch c, dann lassen auch a und d denselben Rest beim Teilen durch c. Das ist also auch kein Problem. Noch zwei mathematische Beispiele, Parallelität bildet auf der Menge aller Geraden, entweder in der Ebene oder im Raum, eine Äquivalenzrelation, jedenfalls dann, wenn Sie akzeptieren, dass eben jede Gerade auch zu sich selbst parallel ist. Aber so definiert man das klugerweise. Auf der Menge aller Pfeile, die man in die Ebene zeichnen kann, wäre es eine Äquivalenzrelation zu prüfen, ob zwei Pfeile gleich lang und parallel sind und gleich orientiert, also ob da die Spitze in dieselbe Richtung zeigt quasi, die gehören dann nämlich zum selben Vektor und lassen sich zum Beispiel auch durch ein Zahlenpaar beschreiben. Und ergänzen noch ein Alltagsbeispiel. Zumindest im Wintersemester 2019, 2020 hatte ich bei dieser VU, Elementare Diskrete Mathematik, zwei getrennte Übungsgruppen und diejenigen, die eine Prüfung positiv abgelegt haben, also prüfungsaktiv waren, die mussten ganz sicher in genau eine dieser beiden Übungsgruppen gegangen sein. und dann bildet auf diesen prüfungsaktiven Studierenden die Relation, A geht in dieselbe Übungsgruppe wie B, so eine Äquivalenzrelation. Aber selbst wenn es nur eine Übungsgruppe gäbe, würde das immer noch hinhauen. Das wäre halt nur ein bisschen Fahrt, weil ja dann eh alle in dieselbe Übungsgruppe gehen. Interessant sind ja gerade die Teilmengen, die entstehen, wenn man alle Elemente, die in Relationen zueinander stehen, jeweils zusammenfasst. Da brauchen wir also mindestens zwei Übungsgruppen, damit das überhaupt irgendwie die Menge feiner untergliedert. Diese Teilmengen aller jeweils zueinander in Relation stehender Elemente bezüglich einer bestimmten Äquivalenzrelation nennt man auch die Äquivalenzklassen bezüglich dieser Äquivalenzrelation. Wenn ich zum Beispiel den Rest Modulo 2 als Äquivalenzrelation habe, gibt es genau zwei Klassen. Klassen, bei denen letztlich der Rest 0 herauskommt und die, wo er 1 ist. Um diese Reste schreibt man dann auch gerne so eckige Klammern. Zu sagen, das eine ist die Klasse 0, mache ich da so eine eckige Klammer drum, um die andere, um die 1, war ja auch eine eckige Klammer. Diese 0, die steht dann ja stellvertretend für alle Zahlen, die Modulo 2, 0 ergeben, also für alle geraden Zahlen und die Zahl 0 nennt man dann auch umgekehrt einen Repräsentanten dieser geraden Zahlen, also der Äquivalenzklasse. Wir könnten aber auch eine andere Zahl aus diesen geraden Zahlen herausnehmen und die zum Repräsentanten erklären, sagen wir mal die 4, weil die lässt ja auch den Rest 0 und deswegen könnten wir auch eine eckige Klammer um die 4 schreiben, aber das wäre immer noch dieselbe Klasse, wir hätten die jetzt nur mit einem anderen Repräsentanten bezeichnet. Die Menge aller Äquivalenzklassen, also in unserem Fall eigentlich die Menge, die diese 0er-Klasse und die 1er-Klasse enthält, nennt man dann auch noch die Quotientenmenge von A nach der Äquivalenzrelation Ja. Zwei Äquivalenzklassen, zum Beispiel die Klasse, die wir mit 0 oder mit 4 bei Modulo 2 Gleichheit bezeichnet haben, sind jetzt genau dann gleich, wenn eben diese zwei zur Bezeichnung der Klassen benutzten Repräsentanten äquivalent zueinander sind, also in Relation zueinander stehen A Relation B mit dieser geschweiften Linie. Betrachten wir auch hier noch einige Beispiele, um nicht immer nur am Modulo und den ungeraden Zahlen zu hängen. Auf jeder beliebigen Menge bildet natürlich die Gleichheit oder die Identitätsrelation eine Äquivalenzrelation. Nimmt man etwa die reellen Zahlen her, dann kommen bei Gleichheit als Relation, als Äquivalenzklassen, aber leider wieder die ganzen reellen Zahlen heraus. Das ist so ein bisschen blöd, was bringt das, aber es ist trotzdem wichtig, sich das einfach einmal klar gemacht zu haben. Wenn man alle Pfeile in der Ebene auf Parallelgleichheit prüft, also dieses gleichlang parallel gleiche Orientierung, dann erhält man als Äquivalenzklassen genau die Vektoren. In diesem Modell sind Vektoren also Mengen parallel gleicher Pfeile. Zunächst vielleicht etwas überraschend, vergleicht man Zahlenpaare natürlicher Zahlen AB und CD so miteinander, dass man sagt, die sollen Äquivalent sein oder in Relation zueinander stehen. Wenn gilt A mal D ist gleich B mal C, dann kommen da als Äquivalenzklassen faktisch die positiven Bruchzahlen raus. Dividieren Sie mal im Kopf die Gleichung durch D und durch C, dann bleibt ja links stehen A durch C ist gleich und rechts steht B durch D und dann sehen Sie aha, da steht also wenn die wenn das Vielfache voneinander sind also wenn wenn die Brüche gleichwertig sind die Gleichung die da steht das ist genau die die Ihnen sagt wann ein Bruch einfach ein Vielfaches eines anderen ist und so kann man die positiven rationalen Zahlen also die Bruchzahlen aus den natürlichen Zahlen heraus definieren machen einige Leute auch in der Analyses deswegen will ich da nicht weiter mich dran aufhalten das geht jetzt eher fix weil wir das quasi schon mehrfach hatten für alle natürlichen Zahlen außer der 1 können wir über die Gleichheit Modulo C eine Äquivalenzrelation festlegen die Äquivalenzklassen nennt man in diesem Fall auch Restklassen Modulo C denn hier stehen ja zwei Zahlen genau dann in Relation zueinander wenn sie denselben Rest bei Division durch diese Zahl C lassen und auch noch eine außer mathematische Einkleidung über die Relation A hat dieselben Eltern wie B können sie eine Äquivalenzrelation festlegen deren Äquivalenzklassen wären dann eben die Mengen von Leuten mit selben Eltern und die nennen wir üblicherweise Geschwister Da darf man sich jetzt auch nicht an Einzelkinder stören weil so ein Einzelkind ist dann eben für sich alleine eine eine einelementige Äquivalenzklasse Kommen wir noch einmal kurz zu den Restklassen zurück die so der wichtigste Anwendungsfall für Äquivalenzklassen in dieser Vorlesung sind Eine Restklasse A wäre die Menge aller ganzen Zahlen die Modulo n kongruent zur Zahl A sind Das sieht dann so aus Die Menge aller B in Z für die gilt dass B kongruent zu A Modulo n ist Und dieses Kongruent dafür schreiben wir jetzt so ein abgewandeltes Gleichheitszeichen mit drei Linien statt zwei Linien Sagen Sie vielleicht was heißt das eigentlich Kongruenz Man kann diese Menge auch so hinschreiben dass man sagt das ist die Menge aller ganzen Zahlen B die bei Division durch n eben denselben Rest lassen wie a also schreibe ich dahin b modulo n ist gleich a modulo n all jene b gehören in diese Äquivalenz klasse a herein wichtig ist auch noch man kann die Menge auch so sich vorstellen dass man sagt ich fange mal mit a an und jetzt ziehe ich entweder n von a ab weil das ist ja modulo n und wenn ich oder ich addiere n dazu oder ich addiere 2 mal n dazu oder ich ziehe 2 mal n ab oder 3 mal oder 4 mal und so weiter also da sind genau die zahlen drin für die gilt a minus 3 mal n a minus 4 mal n a minus 2 mal n a plus 2 mal n a plus 3 mal n und so weiter und so fort das ist als Vorstellung auch ganz nützlich um zu prüfen ob zwei Zahlen zur selben Äquivalenzklasse gehören das können wir jetzt mal ganz feierlich als Satz hinschreiben zwei Zahlen a und b gehören zur selben Äquivalenzklasse Modulo n beziehungsweise zwei Äquivalenzklassen eckige Klammer a und eckige Klammer b stimmen genau dann überein wenn n ein Teiler für die Differenz a minus b ist wenn sie jetzt mal sagen ihr n ist 2 dann wissen sie die Zahlen a und b sind Modulo 2 in derselben Restklasse wenn sie die Differenz der beiden Zahlen durch 2 teilen können weil für die ungeraden Zahlen haben sie immer eine durch 2 teilbare Differenz und die liegen alle in derselben Äquivalenzklasse und für die geraden Zahlen haben sie auch immer eine gerade Differenz und die liegen auch immer in derselben Äquivalenzklasse es ist für einige Beweise ganz praktisch sich so zu denken was in derselben Äquivalenzklasse liegt um die Bedeutung von Äquivalenzklassen zumindest zu erahnen viel mehr geht eigentlich nicht in dieser Lehrveranstaltung schreiben wir mal unseren Satz 414 vom letzten Mal also diesen Homomorphie Satz die Summe beziehungsweise das Produkt der Reste ist dasselbe wie der Rest der Summe beziehungsweise der Rest des Produkts den Satz den schreiben wir jetzt etwas anders hin addiert man nämlich zwei beliebige Zahlen die eine aus der Klasse A und eine aus der Klasse B so landet die Summe sicher in der Summenklasse A plus B und genauso multipliziert man zwei beliebige Zahlen sagen wir mal 5000 und 5001 eine aus der Klasse A das ist die Nullklasse und das andere ist die Klasse B so landet man bei 5000 mal 5001 auf jeden Fall in der Klasse Null mal 1 also kommt auf jeden Fall wieder etwas Grades heraus man landet in der Produktklasse A mal B das Ergebnis einer Addition oder Multiplikation hängt also wenn man sich nur für die Klasse interessiert gar nicht davon ab welchen Repräsentanten man addiert beziehungsweise multipliziert hat ob ich jetzt 5000 und 5001 multipliziere 500 und 501 oder einfach nur Null und 1 es kommt immer Null als Restklasse heraus verschiedene Zahlen aber immer Null als Restklasse man nennt das auch Repräsentanten Unabhängigkeit oder man sagt die Addition und Multiplikation auf den Restklassen ist überhaupt mal wohl definiert diese Idee auf solchen Äquivalenzklassen neue Rechenoperationen zu definieren die wird Ihnen im Studium noch öfter begegnen den Lernsleuten mal ganz sicher in der Schulmathematik lineare Algebra wo wir nämlich die Addition von Vektoren auf Operationen mit den Pfeilen zurückführen oder vielleicht begegnet Ihnen das auch in der Analysis wo man das Rechnen mit reellen Zahlen auf das Rechnen mit solchen Intervallschachtelungen rationaler Zahlen zurückführen kann die eben denselben Grenzwert haben das ist da quasi die Bedingung für die Äquivalenz das war jetzt schon eine ganze Menge Stoff da wird es Zeit für ein paar Übungsbeispiele Wir kommen zurück ganz ähnlich wie man Äquivalenzrelationen als Verallgemeinerung der Gleichheit auffassen kann kann man auch die Ihnen vertrauten Relationen ist kleiner als oder ist kleiner gleich verallgemeinern was dabei herauskommt nennt man Ordnungsrelationen Wir beginnen hier mal mit den einfachen Ordnungsrelationen die sich am kleiner gleich orientieren Wir werden alle Relationen die reflexiv antisymmetrisch und transitiv sind partielle Ordnungen oder Halbordnungen nennen partiell geordnete Mengen oder englisch partially ordered sets sind für die Mathematik und Informatik so bedeutsam dass sich für diese sogar ein eigener Kurzbegriff ProSet etabliert hat Aber was meint partiell geordnet? Nun, eine Menge ist auch dann noch partiell geordnet wenn sie Elemente enthält die gar nicht in Relation zueinander stehen Bei einer sogenannten totalen Ordnung ist es hingegen so dass immer a steht in Relation zu b oder b steht in Relation zu a gelten muss Bei einer partiellen Ordnung wäre das gar nicht erforderlich Besten verdeutlicht man sich das wieder an einigen Beispielen Normale kleiner gleich Relation ist etwa auf den ganzen Zahlen eine totale Ordnung Sie ist reflexiv jede Zahl ist kleiner gleich sich selbst ist antisymmetrisch wenn a kleiner gleich b ist dann kann b nur kleiner gleich a sein wenn a gleich b gilt und sie ist transitiv aus a kleiner gleich b und b kleiner gleich c darf man a kleiner gleich c folgern außerdem können wir für irgendwelche Zahlen a und b immer sagen dass entweder das a kleiner b ist oder das b kleiner a ist oder das a gleich b gilt also ist sichergestellt dass entweder a in Relation zu b steht oder b in Relation zu a oder das eben in dem Fall der Gleichheit sogar beide Richtungen stimmt deswegen nennt man die Ordnung total man kann alle Elemente miteinander vergleichen ein einfaches Beispiel für eine Menge wo das nicht der Fall ist beziehungsweise eine Relation und nur eine partielle Ordnung ist die Relation Teilmenge auf der Menge aller Mengen auch diese Relation ist reflexiv jede Menge ist ihre eigene Teilmenge auch ist die Relation antisymmetrisch wenn a eine Teilmenge von b ist und b ist gleichzeitig auch eine Teilmenge von a dann haut das nur hin wenn a gleich b gilt und auch die Transitivität ist in diesem Fall gar kein Thema aber jetzt denken sie mal an zwei beliebige endliche Mengen der natürlichen Zahlen die disjunkt sind also keine Elemente gemeinsam haben sagen mal die eine Menge ist 1,3,5 und die andere Menge ist 2,4,6 jetzt ist aber weder 1,3,5 eine Teilmenge von 2,4,6 noch ist 2,4,6 eine Teilmenge von 1,3,5 und dieselbe Menge ist das auch nicht die Mengen kann man also bezüglich dieser Teilmengen Relation gar nicht miteinander in Beziehung bringen und deswegen sagt man okay die Teilmengen Relation bildet auf der Menge aller Mengen nur eine partielle Ordnung dasselbe würde zum Beispiel auch für die Teiler Relation in den ganzen Zahlen gelten jede Zahl teilt sich selbst das reflexiv wenn a die Zahl b teilt und gleichzeitig b die Zahl a teilt dann muss schon a gleich b gelten das nennt man antisymmetrisch und auch hier ist hoffentlich die Transitivität klar aber kann etwa wieder die 2 und die 3 gar nicht in Beziehung setzen weil weder die 2 die 3 teilt noch die 3 den ganzen Zahlen definiert die ist auch wieder nur partiell dann haben wir noch die ist kleiner als Relation die ist gar keine partielle und auch keine totale Ordnungsrelation weil sie eben nicht reflexiv ist keine Zahl ist kleiner als sie selbst und damit kann sie ja dann auch gar nicht wenn sie nicht reflexiv ist kann sie gar nicht antisymmetri sein also noch mal keine Zahl ist echt kleiner wie sie selbst und um diese Relation überhaupt irgendwie mit ins Spiel bringen zu können brauchen wir irgendwie einen anderen Begriff von Ordnung die einfache partielle oder totale Ordnung kommt da nicht in Frage für diese Art von Relation benötigen wir den Begriff der strengen oder manche Leute sagen auch strikten Ordnung so sollen jetzt alle Relationen heißen die irreflexiv sind und transitive wenn das gegeben ist wissen wir schon das ist eine strenge Halbordnung und wenn das wieder auch noch so ist dass entweder gilt A steht in Relation mit B oder B steht in Relation mit A und wenn das nicht der Fall ist dann gilt automatisch A ist gleich B das nennt man Trichotomie wenn das zusätzlich gilt dann nennt man das eine strenge totale Ordnung weil dann wäre das wieder so dass man alle Elemente der Menge miteinander vergleichen kann wichtig ist festzuhalten dass strenge Ordnung oder strikte Ordnung kein Spezialfall von den einfachen Ordnungen sind weil wir ja die Reflexivität durch die Irreflexivität ersetzt haben und das schließt sich aus also kann das kein Spezialfall sein als Paradebeispiel können wir uns für eine strenge totale Ordnung das ist kleiner als merken anscheinliches Beispiel auf der Menge aller Menschen für eine zumindest dränge Halbordnung ist A ist ein Vorfahre von B das ist irreflexiv weil man nicht sein eigener Vorfahre ist und es ist transitiv weil wenn A der Vorfahre von B ist und B ist der Vorfahre von C dann ist A auch ein Vorfahre von C innerhalb einer direkten Linie eines Stammbaumes gilt auch für alle Menschen dass sie entweder sie selbst sind oder einer ist der Vorfahre des anderen oder der andere ist der Vorfahre des einen damit ist sozusagen die Trichotomie auch erfüllt aber sie können ja auch noch Geschwister haben die sind dann weder ihr Vorfahr noch ihr Nachfahr noch sie selbst und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von so ist das keine totale strikte Ordnung sondern eben nur eine partielle jetzt fehlen uns nur mehr die Funktion eine naive Fassung des Funktionsbegriff die man so normalerweise auch oft in Schulen findet lautet wenn man zwei nicht leere Mengen A und B hat und eine Vorschrift F die einem sagt wie ich jedem Element aus X aus der Menge A in eindeutiger Weise ein Y aus der Menge B zuordnet dann nennt man das eine Funktion und schreibt auch F von X ist gleich Y Beispiele und Gegenbeispiele von R nach R ist durch die Gleichung F von X gleich 7 mal X Quadrat plus 5 X minus 4 eine Funktion definiert und andererseits ist aber durch 1 durch X von R nach R keine Funktion definiert weil wir für F gleich 0 wenn wir das eins setzen 1 durch 0 ist bubu das geht nicht also da haben wir keine Funktion es war ja verlangt dass jedem X ein Y zugeordnet ist ja jetzt stimmt das natürlich ich kann aus diesen Mengen die A und B kann ich einfach die 0 heraus nehmen dann kriege ich wieder eine Funktion so gucken wir noch mal weiter schon für die relativ einfache Funktion 3 X minus 5 wäre das auf den natürlichen Zahlen keine Funktion weil wenn sie da jetzt 1 oder 2 einsetzen dann kommen ja negative Werte raus und die werden wieder nicht in n da sieht man schon da müsste man auch an der Menge b vielleicht ein bisschen rumspielen dann wird das ja doch funktionieren so und dann da unten steht noch die Folge an 1 durch n das ist eine Funktion von n nach r und die ordnet jeder natürlichen Zahlen Kehrwert zu sagen sie vielleicht ach was nimmt der denn r könnt ihr auch einfach q plus nehmen wird ja auch reichen ja das stimmt aber es ist ja nirgendwo verlangt dass wirklich alle Elemente von dieser Menge b dann auch als Funktionswerte vorkommen wichtig ist nur jedes Element aus den natürlichen Zahlen bekommt hier auch wirklich ein Element zugeordnet also es gibt jetzt keine Kehrwerte die irgendwie nicht in den reellen Zahlen liegen und das ist auf jeden Fall gegeben und dann vielleicht noch eine andere Funktion die Teiler Anzahl Formel die jeder Zahl die Anzahl der Teiler von n zuordnet das ist auch ganz normale Funktion die läuft sogar von n in die natürlichen Zahlen und eine Achsenspiegelung an der geraden y gleich minus x ist sogar auch eine Funktion die Funktion geht halt vom r 2 in den r 2 da wird jedem Punkt also jedem Zahlenpaar xy einfach das Zahlenpaar minus x minus minus y minus x zugeordnet so das ist auch eine Funktion auch wenn man das eigentlich eher Abbildung nennt aber die Begriffe Funktionen und Abbildung sind eben in der Mathematik in der höheren Mathematik auch völlig austauschbar Funktionen sind nun aus etwas abstraktere Sicht Spezialfälle von Relationen für die zwei zusätzliche Bedingungen gilt erstens die Relation ist sogenannt links total das meint dass für jedes x aus a auch wirklich ein y in b existiert das mit dem x in Relation steht zweitens die Relation ist rechts eindeutig das ist hier etwas gefinkelt aufgeschrieben wenn sie ein y und ein y Strich in b finden die beide mit ein und demselben x aus a in Relation stehen dann stimmen y und y Strich überein waren also gar keine verschiedenen y das kann man auch so sagen es gibt eben auch höchstens ein y in b das zu einem x aus a in Relation steht oder nochmal anders verschiedene y aus b können auch nur zu verschiedenen x aus a in Relation stehen und nicht zu demselben x x kann also nochmal anders gesagt eben nicht mehrere Funktionswerte haben bei diese beiden Eigenschaften lässt sich die Funktion als eindeutige Zuordnung also als eine spezielle nämlich linkstotale und rechtseindeutige Relation definieren links und rechts meint hier einfach was links und rechts von diesem fettgedruckten R steht hier steht die Definition nochmal vor dem aufgeschrieben wenn man eine Relation hat die links total und rechts eindeutig ist dann nennt man das gesamte Triple die beiden Mengen also Menge A die Menge B und die Relation zusammen das nennt man eine Funktion oder Abbildung von A nach B die Relation alleine nicht weil wir brauchen ja diese Bedingungen wir müssen diese Mengen haben und sagen können findet man da auch wirklich immer eins und findet man auch nur genau eins jetzt klären wir noch ein paar Bezeichnungen jedenfalls so gut das geht weil leider nicht alle Bezeichnungen in allen Mathematikbüchern und Vorlesungen ganz gleich verwendet werden als Definitionsmenge wird jedenfalls üblicherweise die Menge A bezeichnet aus der eben Definitionsbereich zu sagen nämlich dann wenn die Menge so ein Zahlbereich ist also N Q R C oder was Ihnen da sonst noch ein etwas blöder ist das bei der Menge B aus der diese Y Werte kommen ganz unproblematisch ist es diese Menge als Zielmenge oder wenn das wieder Zahlbereiche sind eben als Zielbereich zu bezeichnen in einigen Büchern wird aber diese Menge B auch als Wertemenge oder Werte Bereich bezeichnet und wir werden gleich sehen warum das vielleicht nicht ganz so klug ist als Graph der Funktion bezeichnet man normalerweise eben diese Relation alleine also die Teilmenge des kathesischen Produkts der beiden Mengen ohne dass ich dazu sage welche beiden Mengen das waren wenn beide Mengen zum Beispiel die reellen Zahlen waren dann wäre die Menge einfach Paare von x und y Wert nicht genau die x und y Wert Paare die bilden den Graph der Funktion und weil das aber unendlich viele solche Paare sind stellt man so ein Graph dann gerne in so einem Koordinatensystem dar das klappt aber schon dann nicht mehr wenn wir jetzt sagen würden wir nehmen Abbildung von Zahlen Paaren der Ebene auf Zahlen Paare der Ebene weil dann müssten wir jetzt in einem vier dimensionalen Koordinatensystem Graf bleibt immer diese Menge von Paaren aus der Menge mit einem Element aus der Menge A und einem Element aus der Menge B das jenige y das einem bestimmten x zugeordnet ist nennt man auch das Bild von x oder auch den Funktionswert von x das kennen sie ja eh schon so aus der Schule und jetzt wird es wieder etwas blöd wenn ich jetzt alle y aus b zu einer neuen Menge zusammenfasse die auch tatsächlich von irgendeinem x mal als Funktionswert angenommen werden dann kann man das auf jeden Fall mal die Bildmenge oder wenn das wieder Zahlen sind den Bildbereich nennen aber und jetzt wird es blöd in einigen Büchern wird diese Bildmenge ebenfalls als Wertemenge bezeichnet oder die wird als Wertemenge bezeichnet und das andere als Zielmenge und das ist ein bisschen verwirrend weil eben manchmal soll die Zielmenge Wertemenge heißen und manchmal soll die Bildmenge Wertemenge heißen die Bildmenge ist aber immer nur eine Teilmenge der Zielmenge die muss nicht die ganze Zielmenge sein es kann auch sein dass einzelne Elemente der Zielmenge gar nicht als Bild angenommen werden deswegen ist das dann blöd wenn man die beide oder wenn man eins davon Wertemenge nennt weil man dann immer nicht so genau weiß meint der Autor meint er jetzt mit der Wertemenge eigentlich die Zielmenge oder meint er nur die Menge wo die tatsächlichen Bilder drin sind also Wertemenge müssen immer immer genau hinschauen oder nachfragen was meint derjenige jetzt eigentlich der dieses Wort benutzt hat weil das ist nicht eindeutig festgelegt was die Wertemenge sein soll während jede Funktion links total und rechts eindeutig sein muss damit es überhaupt eine Funktion ist also man jedem x-Wert immer nur höchstens und mindestens einen also genau einen y-Wert zuordnen können muss kann man die beiden Eigenschaften drehen und kommt dann zu speziellen Funktionen man nennt die Funktionen dann surreaktiv wenn sie zusätzlich auch noch rechts total sind das heißt also das sind Funktionen bei denen tatsächlich jedes y der Zielmenge auch wirklich als Funktionswert von mindestens einem x aus der Definitionsmenge angenommen wird die Funktionen welche zusätzlich zu den beiden ersten Bedingungen auch noch links eindeutig sind heißen injektive Funktionen links eindeutig meint jetzt sie finden für jedes y aus der Zielmenge auch immer nur höchstens ein x aus der Definitionsmenge so dass y ein Funktionswert von x ist anders gesagt verschiedene x-Werte müssen bei injektiven Funktionen immer auch verschiedene y-Werte haben und wenn eine Funktion diese beiden zusätzlichen Bedingungen zöjektiv und injektiv erfüllt dann nennt man die Funktion auch biejektiv nun gibt es aber einen Trick wie man aus sehr vielen Funktionen zöjektive oder injektive Funktionen im Nachhinein machen kann wenn eine Funktion zum Beispiel nicht injektiv ist so hilft es sehr oft wenn wir an der Menge a also am Definitionsbereich oder Definitionsmenge herumspielen nämlich wenn wir die so klein machen dass nachher jeder Funktionswert wirklich nur noch von einem einzigen x erzeugt wird und andererseits wenn so eine Funktion nicht zöjektiv ist kann man immer hingehen und nimmt die Zielmenge und ersetzt die Zielmenge einfach durch die Bildmenge also schaut sich einfach nur noch die Elemente der ursprünglichen Zielmenge an die auch tatsächlich als Bild angenommen werden weil dann ist das natürlich dann nachher automatisch zöjektiv mit einzelnen Beispielen für solche injektiven zöjektiven und dijektiven Funktionen beschäftigen wir uns gleich noch in der Übung doch zuvor auch noch eine Überlegung dazu wie wir an der Darstellung eines Graphen in einem Koordinatensystem erkennen können ob so eine Relation die zwischen zwei Zahlbereichen definiert ist c müssen wir dann natürlich rauslassen da geht das dann schon nicht mehr weil da kriegen wir das mit dem Koordinatensystem nicht mehr so schön hingezeichnet also wenn wir im Koordinatensystem prüfen wollen ob es sich bei einer Relation um eine Funktion handelt und wenn es sich um eine Funktion handelt welche dieser beiden Eigenschaften injektiv zu injektiv oder beides vielleicht sogar die gegebenenfalls hat und das läuft so damit unsere Relation überhaupt eine Funktion ist muss jede beliebige Parallele zur Y Achsel die durch so ein X aus unserer Menge A verläuft mindestens einmal geschnitten werden das ist dann links total sie darf aber auch nur höchstens einmal geschnitten werden das wäre die Rechtseindeutigkeit zusammengefasst jede solche Parallele zur Y Achsel die durch irgendeinem von unseren X aus A läuft muss genau einmal getroffen werden durch den Graph der Funktion damit es sich um eine Funktion handelt und ganz analog ist das jetzt für die Syriaktivität so dass nun eben jede Parallele zur X Achse die durch ein Y aus unserer Menge B verläuft mindestens einmal geschnitten werden muss das wäre das Rechtstotale und für injektive Funktionen gilt analog dass jede solche Parallele zur X Achse durch so einen Punkt nur höchstens einmal geschnitten werden darf und wenn jetzt wieder jede beliebige solche Parallele genau einmal geschnitten wird dann ist die Funktion sogar bijektiv so jetzt haben wir aber doch wieder einiges an Stoff gesammelt da lohnt sich wieder eine kleine Übungsphase Letzter Inhalt für dieses Semester die Umkehrfunktion das was da auf der Folie steht muss man jetzt zu lesen wissen wenn man zu einer Funktion den Funktionswert f von x für ein x bestimmt dann ist die Umkehrfunktion die wir hier mal einfach g genannt haben genau die Funktion die man auf diesen Funktionswert f von x anwendet so dass danach wieder das x herauskommt und das muss jetzt auch wirklich für alle x mit derselben Funktion g für die Funktion f funktionieren no pun intended einfaches Beispiel wenn unsere Funktion von r nach r dreimal x lautet dann wäre die dazu passende Umkehr Funktion ein Drittel x denn wenn ich erst etwas verdreifache und dann anschließend ein Drittel davon nehme hebt sich das natürlich auf und es kommt wieder das alte x heraus hier im Beispiel mit der 3 3 mal 3 ist 9 und ein Drittel von 9 ist wieder 3 ist also wieder das x letzter Satz in dieser Vorlesung eine Umkehr Funktion zu einer Funktion existiert genau dann wenn die Funktion bijektiv ist denn die Umkehr Funktion muss ja wie der Name schon sagt selbst eine Funktion sein setzt aber voraus dass ich zu jedem f von x auch wieder genau auf das ich es quasi zurück abbilden kann das was also für die Funktion f injektiv und syreaktiv bedeutet hat bedeutet ja gerade für die Umkehr Funktion Rechtseindeutigkeit und Linkstotalität was gerade die Voraussetzungen dafür sind damit diese Umkehrung überhaupt eine Funktion sein kann wobei man das wieder ein bisschen einschränken kann man kann natürlich Definitions und Werte Bereich der Funktion f unter Umständen auch erst wieder anpassen solange bis die Funktion eben biektiv ist und dann existiert für diese Funktion sicher wieder eine Umkehr Funktion so noch ein paar abschließende Tipps praktische Bemerkungen wo man aufpassen muss die Umkehr Funktion schreibt man manchmal auch f hoch minus 1 das ist vielleicht etwas verwirrend weil man unter f hoch minus 1 ja auch 1 durch f von x also den Kehrwert verstehen könnte das ist aber nicht gemeint in dem Fall dann praktisch bestimmt man für durch Gleichungen gegebene Funktionen die Umkehr Funktionsgleichung durch löst man das nach y auf das machen wir aber noch in der Live Übungssitzung so wenn wir eine Funktion haben die von einer Teilmenge von r in eine andere Teilmenge von r abbildet also wenn das so eine Funktion ist die man ganz normal in Koordinatensystem zeichnen kann dann entsteht der Graph der Umkehr Funktion in dieser Koordinatensystem Darstellung durch eine Spiegelung an dieser berühmten ersten Hauptdiagonalen also an der Gerade y ist gleich x es gibt Funktionen die ihre eigenen Umkehrfunktionen sind das ist mal logischerweise so für die sogenannte Identität also die Funktion die jedes x auf sich selbst abbildet weil da ist die Umkehrfunktion ja auch wieder die Funktion die jedes x auf sich selbst abbildet aber auch alle Funktionen deren Graph achsensymmetrisch zu dieser berühmten Gerade y ist gleich x verläuft sind automatisch ihre eigenen Umkehrfunktionen das wären zum Beispiel alle Hyperbeln der Form c durch x wenn man so ein bisschen schummelt und sagt damit das überhaupt von r nach r funktioniert da habe ich ja für 0 wieder keinen Funktionswert also netzt sich für 0 als Funktionswert 0 heraus so und wenn man die hernimmt wenn sie sich so vorstellen wie so eine Hyperbel aussieht da hüpft man von der einen Hälfte des Astes zur anderen Hälfte und wieder zurück und deswegen ist die Funktion dann ihre eigene Umkehrfunktion damit sind damit am Ende des Kurses angelangt und jetzt noch ein kurzes Abschluss Quiz und falls ich irgendwie die Zeit finde im Juli mache ich vielleicht auch noch so zwei Bonus Lektionen Teilbarkeitslehre Modulo Rechnen und Relationen und Funktionen jeweils mit Python aber vom Pflichtstoff her was sie für die Prüfung wissen müssen sind wir jetzt fertig und ich sage Wiederschauen Servus Baba